Willkommen zum vorletzten Part von Minecraft Projekt, vom Minecraft Projekt von mir und dem T-Gamer Ja, es kam jetzt ein bisschen spontan, dass das hier schon der vorletzte Part sein wird Aber wir haben uns kurz vor der Aufnahme geschlossen, oder ich hab einfach vorgeschlagen, dass wir nur 18 Parts machen Weil wir wollten ja eigentlich erst 20 machen, nur 20 wäre halt ein bisschen noch lang gedauert Ich hab ja auch die letzte Folge schon hochgeladen und alles Und ja, es kommt bei euch einfach nicht so gut an und so Ich hab mich geschlagen Junge, gib mir jetzt das Zeug Okay, ich geb's dir gleich Also eben, wir haben uns geschlossen, nur noch 18 Parts zu machen, was hattest du denn? Ja, Helm zum Beispiel und Schuhe und ganz viele Blöcke und so Das hier zum Beispiel? Mhm Und Helm? Und was hattest du noch? Schuhe? Ja, Blöcke und tausend andere Sachen Mein Name der Taco war komplett voll Ja, genau Ich merk's gerade, das Zeug hatte ich ja gar noch nie eigentlich Äh, das hier ist auch noch dir, oder? Da, 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 da Ja, okay Heute werden wir noch, heute morgen Du hast dich geheilt, oder? Nein Ich hab ja nix mehr, Junge, gib mir noch Fleisch Brat das Ja, aber Brat das Ich muss wirklich noch voll laufen Ja Heute werden wir auf jeden Fall noch die Inneneinrichtung von unserem Haus machen Und dann noch ein bisschen schauen, was man noch machen könnte Ja, das wird heute so auf dem Plan stehen Und dann war's das, weil wir keinen Bock haben Was nach Minecraft startet, wird dann noch in einer Umfrage in der News stattfinden Okay Vermut ich einfach mal Ja Beste News Leute, alle abonnieren Alle die News abonnieren Alle die News abonnieren Alle die News abonnieren Die sind Brandnu Die sind richtig Brandnu Die sind richtig Brandnu Die sind richtig Brandnu Die sind richtig Brandnu Brandnu, Brandnu Brandnu Das ist... Oh, schau's Nein, ich nehm das jetzt Fuck, ist viel zu wenig, Mann Dann nehm noch mal eins Geistige Behinderung Nicht man sowas Okay Gut Aber das wird dir in der News schon alles erfahren Schnauze und jetzt... Oh, ich hab Fleisch gebraten Das Alter Gib mir das Fleisch jetzt No Wollen wir... Ich hab das doch gerade eingesammelt Wollen wir ein bisschen nicht bekommen Oder stink Gott Jetzt hab ich eine Werkbank gecraftet Ich scheiß Lauch Ich werde jetzt erstmal noch ein bisschen Holz holen Weil wir brauchen noch ein bisschen Werkbanke Und äh... Werkbanketruhen Und dafür wird Holz benötigt Und wir haben kein Holz Oder warum hol ich euch Holz? Eigentlich war das ja nur ein kleines Spontanes Zwischenprojekt Muss man das kann man sagen Stimmt Sonst kommst du am Rande noch Wir haben so circa nichts gemacht Und manchmal Ja, stimmt auch wieder Wir hatten... Am Anfang hatten wir ja echt mega Bock drauf Ne, wir haben privat auch sehr viel gespielt Und daneben auch privat Ne, dann hatten wir einfach Bock auf Minecraft Display Mega Bock Aber inzwischen ist er halt bei mir Und bei ihm auch wieder ein bisschen down Und deswegen Man hat er gemerkt Man macht ja nicht viel in Minecraft Ja Man hat immer dasselbe gemacht Generell Ja, wir Aber man macht eigentlich nicht immer dasselbe Man sollte Minecraft eigentlich eher streamen Ja, stimmt Anstatt... Weil... Weil man... Man sitzt schon mehrere Stunden dran Und wenn man ein Projekt In Minecraft machen will Und eine 15 Minuten Aufnahme Da kommt man nirgends hin Man merkt es ja Wie Zelda Breath of the Wild Die Aufnahme ist auch schon... Die... Die Aufnahme ist auch schon bei euch 4 Minuten lang Schon wieder Haben hier 8 Weil wir... Wie Breath of the Wild Genau, wir bei Breath of the Wild Dasselbe Oder wir können ja die letzte Folge streamen, oder? Wie wär das? Pfff... Ne, das überlegen wir uns noch Oder wir werden halt nach der letzten Folge irgendwann mal random streamen Einfach so mal... Einfach weil wir Bock haben... In die Welt halt In der Welt Ja, in der Welt Ja, das können wir machen Das können wir sogar machen Dankeschön Ich dachte halt einfach letzte Folge streamen, weil... Dann auch zum Schluss sind alle noch da und so Ich hab jetzt zwei Stack Holz Achso, schwarz sag ich nur Holz Ich bin... Also da müssen wir schauen Vielleicht ein normaler Part Ich bin auf ne andere... Ich bin auf ne andere... Ich bin auf ne andere Insel gegangen Live-Folge So, ich hab genug Holz denke ich Ja, ich hab auch genug Holz Sehr schön Schau die ganze Zeit zu meiner Aufnahme Ob der Fokus noch am Start ist Der mit seinem Fokus hier Meine Kamera ist viel zu gut damit... Meine Webcam ist viel zu gut, dass... Fokus weg geht Ok, wenn du meinst Ich hab übrigens die erste Aufnahme mit OBS Weil ich hab da vorhin mal das spezielle Programm benutzt Weil ich dachte hab OBS ist scheiße Aber... Ja, ich hab ihnen schon die ganze Zeit gesagt Dass OBS besser ist Sogar bei... Bei PPC sogar die Quali mit 10.000 gut aus, also... 12.000 Schnauze Nö 12.000 Schnauze Ja, jetzt gehts Komm Penn kurz Auch die Aufnahme jetzt hier wieder Wird nicht allzu lang sein 12 Minuten Ungefähr Kurz Minus Komm grad auf die Situation Kaffern Ich hab 12... Ich hab jetzt 12 Drohnen Unten sind auch noch 2 Achso, das muss reichen Wie? Was hab ich eigentlich das ganze Holz geholt? Ja, Drohnen Ja, ist auch... Aber nicht alles für Drohnen Jetzt aus dem Ausgeben Nur ein paar Drohnen machen Ich platzier mal die Drohnen Dann mach ich's so Ich geb ein... Ich geb ein ganzes... Stuff dir, oder? Mhm Und dann machst du die... Ey, dann richtest du es ein Also ich mach jetzt erstmal die Drohnen Doppeltrohnen Ah... Ja wir merk' der sind auch Unser Haus nicht ganz proportional gebaut Ist ein bisschen ein Fehler Ney, wie? Während jetzt noch die Drohnen Äh, wie viel brauch' ich dann noch? Ja 10 vielleicht 1,2,3,4,4,4,5,5,5,2,5 so,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,6,5,5,5,5,6,5,5,6,8,5,6,8,6,9,6,8,8,7,8,9,8,7,9,8,9,8,9,00,8,9,9,9,8,9,8,9,8,10,8,9,10,9,8,9, Ich hab noch ein Ding, ne Schaltplatte, die hat wahrscheinlich auch dir gehört, die Schaltplatte. Nein, die hab ich dir gerade, die hab ich dir vorher zugeworfen. Hab ich ihn ein paar Mal gekillt, weil ich grad irgendwie Bock hab. Die hab ich dir vorher zugeworfen. Nein, ich hab sicher einen, wenn du würg, nein. Also auch schon mit Ruhe. Okay, wo, wo, wo? Mir einfach geben. Dankeschön. So, dann gebe ich dir das Zeug, oder du sagst mir, wo man das Zeug... Warte, Pepe, komm mal, komm, bleib mal hier. Ja, ich bleib hier. Nimm mal das und mach Glas, mach einmal. Einmal Glasscheiben draus, nur einmal, okay? Das ist beim Menü ganz rechts, oder? Ne, warte, wo ist das? Das ist beim Menü... Wo ist das? Warte. Das ist Glasscheiben? Ja, Glasscheiben. Die sind ganz rechts, ja, die sind ganz rechts, bei Dekorationen. Das erste. Das ist Glasscheiben. Aber nur einmal drücken. Oh, fuck. Was? Dankeschön, zweimal. Oh, mein Gott. Hier, wart hier. Fick den Arsch. Jetzt müssen wir die Welt löschen, sorry. War zu viel. War zu viel. Wir können auch ein paar, äh, noch ein paar Dachte nehmen an. Ja, stimmt. Ne, wollen wir, können wir... Wo bin ich mit dem Glas? Ich hab's hier hingeschmissen. Wo denn? Wo ist das? Ach, da. Da hinten. Du hast rechts einmal gedrückt, du Lauch. Ich brauch nur ein Glas Ding. Ja, sorry. Warum ist das nicht mehr? Ja. Jetzt sag mir, wo was reinkommt, oder was ich... Warte, ja, du kannst, kannst du mal entscheiden. Die drei hier, die drei hier kannst du mal entscheiden. Du musst aber die davor noch angucken, weil ich hab schon ein bisschen sortiert. Die drei darf ich... Ach, ne, Tierzeug ist noch nicht und... Äh, 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 äh... Also, bis jetzt ist Monsterzeug, Waffen... Waffen, Werkzeuge, Monsterzeug, ist Ressourcen und... Blöcke als Drohnen. Also, Tier und alles kannst du auch selber machen. Was, was kann man alles selber machen? Tier und Nahrung und Essen, halt... Was sind das für Drohnen? Sind das unsere Drohnen? Und die Truhen sind alle Diversen Sachen, oder? Und da unten ist noch eine Truhe Was ist das für eine Truhe? Ich hab nur vier sortiert Ja Ich kann das game Ich auch Dann mach ich hier einen Stein rein Hier kommt das verarbeitet Zeug rein Steinziegel verarbeitet Das ist verarbeitet Das ist verarbeitet Da Werkzeug, da schmeiß ich mal Werkzeug rein Sonstig ist es unten, okay Und ein wunderschönes Stockwerk Warum machst du nicht alles da oben? Ja, weil da oben zu wenig Platz ist Bauen wir die Truhe auch ab Also sortier sie mal aus Welche Truhe die hier? Die in der Mitte Deine Truhe Zum Beispiel Esswaren, oder Äpfel, oder Holz Ja, die Essensruhe kann Schuhentscheid modieren Soll Aber das ist doch drächt Das ist doch ganz links, neben dem Eingang Bei dir, wo du grad stehst Das war unsere allererste Kiste Da ist alles drin Nein, hier mein ich Hier die drei Da ist verarbeitet Das Zeug drin Da ist sonstiges Zeug Und da ist ja nichts drin Okay, gut Verarbeitetes Zeug Okay, gut Mache ich so Zack hier Einmal ist auch Jetzt Schiene zum Beispiel Einmal Ja, Laura auch Gold Werde den auch Morgen Schule, Leute Wo hast du Setzlinge? Warte ich mach mal sonstiges hier Fleisch Essware Also Fleisch und Esswaren am gleichen, oder? Mhm Gut Die Schiller machen wir danach dann Wir können ja ähm Gekochtes Fleisch und rohes Fleisch machen Ja, das machen wir glaube ich Da Machen wir das da oben, oder? Ja Machen wir das da Okay, da kommt rohes Da kommt rohes Essen Einfach rohes Äpfel auch, oder? Oder willst du Äpfel auch, oder? Ja, Äpfel Okay, rohes Fleisch Und hier kommt gekochtes Genau, hier kommt das gekochtes Dann Und äh Ja, sonstiges mag ich mal Gut, da geh ich nochmal runter Was ist hier? Was sind das für Truhen? Das sind auch irgendwelche Truhen, oder? Ich hab einfach alle platziert, die du mir gegeben hast Okay, jetzt hab ich natürlich kein Werkzeug mehr Weil ich meine Arschen abgelegt hab Ja, das musst du ja nicht, ja Das, das Nödeckste muss behalten Sonstiges, das ist zum Beispiel sonstig Wie lange soll die Aufnahme eigentlich noch gehen? Also jetzt gerade nehmen wir elf Minuten aus Okay, bis zwölf Also ich würde schon sagen, dass wir das hier noch sortieren Ungefähr Äh, sonst machen wir die andere Hälfte Das sortieren, so das äh Ne, wir machen im letzten Part irgendwas Das dauert aber zu lange jetzt, wenn wir das hier so machen Wir sortieren nicht zu einer Schnupfe Eben Wasattel, Ei Ah, hier, ja, hier mach ich mal das Redstone zum Beispiel, oder hier auch Ähm, Red Lapislus Holz, Holz, genau Wo kommen Steine hin? Blöcke, oder? Blöcke, Steine kommen hier, oder? Im ersten, ja Oder verab... Ne, doch, so Sortiert es ein bisschen Ja, muss ich jetzt nicht alles machen, oder wie? Eichenbretter Eichenbretter sind ja auch verarbeitet, oder wie? Ja, ne, die kannst du da drin lassen Bleiben So, die Karte, die brauch ich natürlich Fackel Fackel, wo sonstiges ist Äh, Fackel, please, hier Machen wir mal das hier Blöcke So, dann hole ich noch Ganz spannender Ja, sehr spannend Muss man nochmal an der Stelle sagen, ne Nicht, dass ich wirklich Furchtbar spannend, Mann Geht's doch total ab, Mann Mhm So, hier, was war hier nochmal drin, genau Ach komm, scheiß, was hat hier Geht's dann einfach rein, nirg'n Sattel ist verarbeitet Einmal auch Hier auch Bösches Dach, Leute Mhm Nein Alter, hör auf Nein, hör auf, Junge Ach, Junge, bis ich sterbe Warte, bleib mal in der Truhe drin Ich, ich, nein, ich verschlag nur mit der Hand Nein, bleib doch mal in der Truhe drin Ich wollte dich mal so weit wie weg Wecklicken Wie wär's sagst du? Äh, fast voll Einmal ein halbes weniger Warte, ich, 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 ich sag, ich schlag dich mal Hast du vier verloren Ja, recht viel, du Ein halbes Herz Hör auf Alter, bitte hör auf Stirb Ja, sehr nice Ja, ich glaube, wir sollen jetzt langsam den Part mal beenden, oder? Ja Ja Kein Bock, mal tschüss Ja, gut Leute, wirklich spannend war es heute nicht, aber wir freuen uns trotzdem über jeglichen Support, Like, Kommentar, Abo, neues Abo und wenn ihr Bock habt könnt ihr es gerne teilen Äh, das war die vorstehste Folge, noch eine Folge Minecraft und dann ist das Projekt fertig Ne? Ist da doch rein, warum sind hier zwei, äh, freie Dinge eigentlich? Keine Ahnung, wissen wir nicht Im letzten Part schauen wir mal noch, was wir mal machen können Und dann war's das Haut rein Und tschau Das war's das, was wir mal machen können